Aber jetzt, lange wieder cool zu sehen, viel Vergnügen, ganz rechts außen steht der Christian Friedl-Pfeffer. Dazu ist hier unseren Akkordemisten, der uns sehr schrieben. Viel Vergnügen, Christian Friedl-Pfeffer, die Lümbauer und mit Pfeffer unser Wix. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Musik So, bitte, ein Zwischenapplaus für Christian Friedland Christoph, Christoph, Christoph!